Hi! In diesem Video seht ihr eine kleine Hafenrundfahrt durch Duisburg mit den E-Scooter 9-Bot. Hier die kleine Route. Das ist unser Ziel. Das ist eine riesengroße Statue. Das heißt Echo des Poseidons. Und starten werden wir hier in der Nähe von dem Urwerb. Dann fahren wir da lang, über das Urwerb weg, dann an der Schleuse vorbei. Dann fahren wir hier im Hafen und Bank. Da habe ich eine verkehrte Strecke gewählt. Da kann man eine bessere Strecke fahren. Und dann hier über die Brücke, dann unter die Brücke hindurch. Und dann von hinten heran zu diesem großen Kopf. Und dann sind wir schon da. Zurück fahren wir dann an die andere Strecke, wo man meistens von oben, von der Brücke kam. Da kann man nämlich auch zu diesem Poseidon Kopf dahin. Und damit haben wir noch einiges von dem Hafen damit. In dem Sinne. Da entlang immer weiter am Hafen bis zur Brücke. Wieder über die Brücke weg. Zurück nach Kastlerfeld. In den Kreisel vorbei. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Nun. Dann viel Spaß. Dann ryten 것처럼 nach Kastlerfeld. Ich würde mich Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 für mich bist du ein überdimensionaler kartoffelkopf aber witzig schön aber witzig das wird einmal von allen seiten das wird einmal von allen seiten Oh, ich glaube, das funktioniert eh nicht, das sind die Überdiespeln und also Gemüse. Keine Blume, nein, das war eine Wespe, ich bin ganz schön gleichgestritten. Aber schön, wenn du ruhig esst an hier, alter. Boah, ist so ruhig hier. Bis auf den kleinen, entfernten Industrielärm, aber sonst. Ist relativ ruhig. Wie witzig, ey. Nicht schlecht. So, Kartoffelkoch, ich bin weg. Bibi. 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 Das ist auch nicht schlecht. Dann gehen wir mal die Treppen da oben. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist schon wieder. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.